Hi, ich bin Stefan und seit 20 Jahren suche ich immer nach günstigen Aktien von guten Unternehmen. Heißt, ich versuche hier unten in diese Tiefpunkte einzusteigen. Und ja, heute ist die Allianz-Aktie dran. Das heißt, wir müssen uns jetzt einmal darüber unterhalten, inwieweit ist die Allianz-Aktie denn momentan noch ein sinnvolles Investment. Du siehst hier, unsere Einstiegszeitpunkte sind jetzt schon eine ganze Weile her. Hier der letzte, das ist hier dieser grüne Peak hier, war quasi hier unten. Ja, das sind übrigens unsere Hobby-Signale, die ich immer regelmäßig rausschicke. Und ja, wenn du die haben willst, kannst du dich einfach eintragen. Und ja, seitdem haben wir jetzt hier diese Aufwärtsbewegung und die ist auch wirklich sehr, sehr schön intakt. Wenn wir diese Aufwärtsbewegung einfach nochmal versuchen, so ein bisschen genauer zu analysieren, dann sehen wir hier jetzt diesen langfristigen Aufwärtsbewegungen, die wir gerade haben, die jetzt im Endeffekt in so drei Aufwärtsbewegungen stattgefunden hat. Also wir haben hier so eine Seitwärtsphase gehabt, wo die Aktie ein bisschen gependelt hat und dann hier nochmal diesen langen Aufwärtstrend hier nach oben. Und auch hier siehst du, jetzt hatten wir einen Rücksetzer in einer Größenordnung so um 12%. Und ja, jetzt ging es 10% wieder rauf. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten Tagen eine sehr, sehr positive Entwicklung bei der Allianz-Aktie gehabt. Und die große Frage, die sich jetzt halt stellt, das ist halt so, hey, wie geht es denn jetzt hier an der Stelle weiter? Wenn wir nochmal ein bisschen rauszoomen, kannst du hier unten so ein bisschen meinen Trend-Oszillator sehen. Das heißt, da siehst du, ja, also unterhalb der roten Linie sind wir halt tendenziell immer sehr, sehr günstig. Und oberhalb sind wir eher teuer. Und ja, du kannst hier sehen, dass wir jetzt hier so im März rum, ja, durchaus eindeutig so eine überbewertete Situation hatten. Oder zumindest eine Situation, in der die Aktie sehr, sehr stark gelaufen ist im Vergleich zu dem, wie sie das so normalerweise tut. Du kannst aber auch sehen, dass so eine Aufwärtsbewegung wie jetzt diese hier zum Beispiel auch hier in so mehreren Schüben stattgefunden hat. Also die war quasi so dreimal tendenziell kurzfristig relativ teuer. Und jetzt sind wir halt hier auch gerade in der Situation, dass wir jetzt so eins, naja, vielleicht kann man die so zusammenfassen hier, ne, das war so ein Plateau im Endeffekt. Dass wir jetzt auch so jetzt gerade so im zweiten Schub sind. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, hey, kommt jetzt der dritte? Und wie groß da die Chancen für sind, versuchen wir uns jetzt einmal irgendwie herzuleiten. Das heißt, ich möchte mit dir jetzt einmal eine von diesen beiden großen Fragen klären. Also inwieweit ist denn die Allianz-Aktie ein gutes Unternehmen? Also wie gut und hochqualitativ ist sie denn? Und dann daneben natürlich, wie teuer oder günstig ist sie denn im Vergleich jetzt so zu dem, wie sie schon mal war? Und dann können wir uns, denke ich, ein gutes Bild darüber verschaffen, wo die Allianz-Aktie in Zukunft hingehen soll. Insbesondere werden wir das jetzt dann nochmal kombinieren mit den Schätzwerten, die die Analysten so für die geschäftliche Entwicklung der Allianz für die nächste Zeit prognostizieren. Starten wir einmal mit dem Hauptargument, was immer kommt für ein Investment in die Allianz-Aktie. Und das ist natürlich die Dividende. Und zwar ist es halt so, dass du momentan, du siehst es hier geschätzt für 2024, eine Dividende von 5,5% auf dein aktuell investiertes Kapital hast. Also egal, ob du jetzt überlegst zu investieren oder ob du schon investiert hast auf dein Geld, was momentan da drin steckt, bekommst du 5,5% Dividende. Und ich versuche ja immer, also ich mache das ja regelmäßig, dass ich mit Leuten von euch spreche und wir darüber diskutieren, okay, wie könnte man denn jetzt eventuell die perfekte Strategie für dich herausfinden. Und ja, ein wesentlicher Aspekt ist natürlich immer, sollte ich auf Dividenden-Aktien setzen, ja oder nein. Und ich bin halt immer der Meinung, wenn du wirklich ein regelmäßiges Einkommen aus deinen Aktien generieren willst, solltest du dieses regelmäßige Ausschütten über Dividenden realisieren. Und dann ist es immer sehr erfreulich, wenn wir natürlich eine möglichst hohe Dividende haben. Und die jetzt mit 5,5% wäre gerade so, dass ich sage, jo, das wäre ein Kandidat für genau solch ein Portfolio. Heißt, ich habe so ein paar Leute bei mir in der Betreuung, die zum Beispiel auf den Philippinen sind und dort gerade ihren Lebensabend verbringen und da halt dann regelmäßig Geld draus brauchen. Die brauchen also ihre 1.500 Euro oder sowas, ja. Und dann gucken wir halt, dass wir das möglichst geschickt halt irgendwie herausfinden, also welche Aktien dafür geeignet sind. Und bei 5,5% Dividende wirkt es auf den ersten Blick erstmal so, als wäre die Allianz momentan ja eine sehr gute Wahl oder ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. Die Frage, die man sich jetzt aber natürlich stellen muss, ist, wie hoch ist denn die Dividendenrendite von 5,5% bei der Allianz im Vergleich zu dem, was man sonst so bekommt. Und dazu habe ich dir jetzt hier einmal die Auswertung mitgebracht. Und zwar immer zum Ausschüttungstermin siehst du jetzt hier einmal die Höhe der Dividende. Und wie du sehr, sehr schön sehen kannst, ist die Dividende so bei 4,50 gewesen in 2010. Und seitdem kontinuierlich gesteigert worden. Was natürlich erstmal suggeriert, dass die Dividende wahrscheinlich auch in der Zukunft weiter gesteigert werden sollen, erstens, ja. Und dass die Dividendenrendite durchaus momentan recht attraktiv ist, ne. Weil wenn du dir das jetzt hier mal anschaust, wie die Dividendenrendite so war, dann siehst du, dass wir eigentlich seit 2017 eigentlich immer so um die 5% Dividende bekommen haben. Im tiefsten Fall waren wir bei 3,73% Dividende. Und hier in der Spitze waren wir bei 5,95. Daraus kannst du folgern, wenn man jetzt mal sagt, die Dividende scheint ein sinnvoller Indikator zu sein, um jetzt in die Aktie zu identifizieren. Wenn man jetzt mal die Dividende als sinnvollen Indikator nimmt, um zu bewerten, ob die Aktie gerade günstig oder teuer ist, muss man sagen, dass die 5,5%, die wir jetzt gerade bekommen sollen für 2024, doch durchaus eine ganz attraktive Bewertung zu sein scheint, ja. Das muss man dazu sagen, ihr könnt es hier sehen, die Dividende wird ja auch immer brav gesteigert seitdem. Und ja, wenn die Dividendenrendite natürlich immer bei 5% blieb und die Dividende schon gesteigert wurde, dann heißt das natürlich, dass der Aktienkurs dort mitgewachsen ist, ne. Und das ist also auch das, was man durchaus erwarten kann, ja. Also durch die Steigerung der Dividende in den nächsten Jahren solltest du auch eine Steigerung im Aktienkurs sehen, solange alles so bleibt, wie es momentan ist. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage an der Stelle, und ich vermute für viele von euch auch, ja, wenn die Dividende immer gesteigert wurde, a, war das immer so, ja. Und ist der Aktienkurs immer gestiegen in der Vergangenheit, dann dementsprechend mit dieser Dividendensteigerung. Und das müssen wir jetzt natürlich irgendwie mal versuchen nochmal herauszufinden. Dazu würde ich vorschlagen, gehe ich mit dir jetzt einmal in den Wochenchart. Also eine Kerze, eine Woche, auch wenn du zugegebenermaßen hier keine Wochen mehr siehst. Aber du siehst hier unsere Prozentwerte schön dran stehen. Das heißt, wir haben schon sowas wie eine ganz gute Vorstellung davon, wie jetzt gerade so die Bewertung ist. Und ja, wie du sehen kannst, in der Tat ist es so, seit 2009, 2010, ja, also das war ja so dieser Startpunkt, den wir uns gerade angeguckt haben, ist es in der Tat so, dass die Dividende immer gesteigert wurde und der Aktienkurs damit einfach mitgewachsen ist. Jetzt sehen wir aber auch hier diese etwas schwierige Situation in der Bankenkrise damals. Dort ist nämlich die Aktie von der Allianz einfach mal 72 Prozent eingestürzt. Und auch jetzt hier zum Beispiel, kurz vor der Dotcom-Blase, war es ebenfalls so, dass wir um 90 Prozent gefallen sind bei der Allianz-Aktie. Und gerade wenn du jetzt frischer am Markt bist, dann hast du das natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Und da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, hey, was ist denn da los? Ja, wie kann das denn sein, dass so ein gutes Geschäftsmodell wie das von der Allianz einfach mal um 70 oder vielleicht hier, wie jetzt dort, sogar um 90 Prozent fast fällt? Und deswegen müssen wir uns mal anschauen, was ist denn dort passiert? Und besteht das Risiko, dass das uns jetzt vielleicht auch wieder passieren kann? Und um uns dem zu nähern und um das zu verstehen, müssen wir uns jetzt natürlich noch einmal die Geschäftszahlen ganz genau anschauen. Hier siehst du jetzt die Geschäftszahlen von der Allianz. In Gelb haben wir die Größe des Unternehmens. Ganz wichtig, in der Größe des Unternehmens sind bei einer Versicherung auch immer die Policen mit drin. Ja, das heißt, die Policen werden als Fremdkapital gewertet. Und deswegen kannst du zum Beispiel so Indikatoren wie die Eigenkapitalquote auf Versicherung eigentlich nicht sinnvoll anwenden. Und du kannst also diese Größe des Unternehmens so ein bisschen als Maß dafür nehmen, wie viele Kunden die Aktie denn jetzt gerade hat oder die Versicherung jetzt gerade hat. Das ist natürlich ein sehr grober Schätzwert, ja, aber nichtsdestotrotz hilft das. Und du siehst jetzt auch hier, was passiert ist in der Zeit von 2006 bis 2009, wo wir diesen Absturz um 90 Prozent hatten. Dort ist es nämlich so, dass wir quasi uns halbiert haben von der Unternehmensgröße her. Und das ist halt auch so ein bisschen das große Risiko, was man jetzt einfach hat, dass diese Policen zum Teil dann wertlos aufgelöst werden müssen. Wenn wir das Gesamtvermögen einmal rausnehmen, weil ehrlich gesagt von dem Rest konnte man ja gerade überhaupt nichts erkennen, ja, dann sieht das Ganze so aus. Und das Erste, was du festhalten kannst, ist, dass du jetzt hier von 2007 nach 2008 einen Rücksetzer im Umsatz ungefähr von 10 Prozent hattest, ja. Und dieser Rücksetzer um 10 Prozent führte dann halt zu diesem Kursverlust um 80, 90 Prozent. Und das ist natürlich ziemlich übel. Dabei haben wir natürlich auch noch einen Rücksetzer im Gewinn, ja. Also du siehst hier, von 12,63 Milliarden sind wir runtergefallen auf 7,5 Milliarden. Und auch das ist viel weniger als die 95 Prozent Rücksetzer, die wir im Kurs hatten, ja. Das heißt, du siehst jetzt schon hier an der Stelle, wir haben da so mehrere Komponenten, die da so ein bisschen zusammengespielt haben. Aber die Kursbewegung war auf jeden Fall viel extremer als das, was im Unternehmen passiert ist. Das Eigenkapital hat durchaus gelitten in der Zeit, ja. Also du kannst das hier sehen, wenn ich die Marktkapitalisierung vielleicht einmal rausnehme, dann kommen wir hier von 47 Milliarden runter auf 33. Das heißt, auch das hat sich ungefähr geviertelt. Aber auch wieder hier, ne. Das ist nicht unbedingt ein Grund dafür, dass die Aktie um 90 Prozent abschmiert. Und das sind halt einfach diese extremen Übertreibungen, die du immer wieder am Aktienmarkt leider siehst oder die halt ganz normal sind und zum Aktienmarkt einfach dazugehören. Und was du einfach wissen musst, dass dir so etwas passieren kann. Und ich sag mal, ein Rücksetzer im Umsatz von 10 Prozent, ja, oder auch hier ein Halbieren der Gewinne in besonders schlechten Zeiten ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario, meiner Meinung nach. Und deswegen kann es dir natürlich passieren, dass die Allianz-Aktie auch wieder richtig, richtig abverkauft wird. Deswegen lass uns jetzt nochmal einmal hier in die Dividende reinschauen, ja. Was war denn vor 2008, ja. Und da siehst du jetzt auch, was im Endeffekt passiert ist, ja. Also wir haben hier im Jahr 2000 hatten wir eine Dividende von 1,50 Euro. Dann in den fünf Jahren ist das Ganze bis auf 2 Euro angesteigert worden. Dann ging es rauf auf 3,80, 5,50, ja. Und dann gab es in 2008 mit der Bankenkrise einen Schnitt bei der Dividende. Und du siehst hier, dass wir seitdem eigentlich um diese 5 Prozent rum tendieren. Hier inzwischen zeitlich waren wir mal bei 3,37. Aber du siehst auch, das lag nicht an der Dividende, sondern das lag daran, dass der Kurs durch die Decke gegangen ist, ja. Und das ist jetzt einfach so die Situation, die wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt haben. Das heißt, die Frage, die sich stellt ist, wie gefährlich ist es, einen Dividenden-Schnitt zu bekommen, ja. Also die Dividende zu reduzieren. Und da muss man ganz klar sagen, wenn dieser Schritt bei der Allianz-Aktie eingeleitet wird, verheißt das nichts Gutes für die Aktionäre, ja. Also der Aktienkurs wird wahrscheinlich stark nachgeben, wenn die Dividende gestrichen werden würde. Und du kannst es jetzt sehen, es ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Und gerade im Fall von sehr großen Krisen passiert das halt auch, dass die Versicherungen dann besonders stark in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die versichern ja besonders schlimme Fälle. Und wenn besonders schlimme Fälle eintreten, ist das natürlich immer ein Fall, wo solch einer Versicherung durchaus hohe, ich nenne sie jetzt mal, Strafzahlungen winken, ja. Aber das sind ja im Endeffekt, ja, die Dinge, für die die Leute ja auch ihre Sachen bezahlt haben, ja. Und dementsprechend sind natürlich die Profite der Vorjahre, die dann in solchen Extremfällen halt leider immer mal wieder draufgehen. Deswegen lass uns jetzt doch mal drüber sprechen, was ist denn die Allianz-Aktie jetzt wirklich wert? Die Allianz-Aktie ist übrigens die perfekte Aktie, um sie mit dem Depot bei Freedom24 zu kaufen. Und zwar ist sie so perfekt, weil sie so teuer ist, ja. Also teuer im Sinne von 267 Euro. Da darfst du dich natürlich nicht von irgendwie, ja, verarschen lassen, ja. Also eine Aktie ist nicht teuer oder günstig, weil sie 100, 200, 500 Euro kostet, sondern du musst immer schauen, wie viele Unternehmen bekomme ich denn dafür. Und das haben wir jetzt ja, oder machen wir auf jeden Fall jetzt ja gerade auch sehr, sehr intensiv. Dementsprechend, ja, lass dich da nicht so ins Boxhorn von jagen. Einfach von diesem Wert 270 Euro. Hast natürlich ein Problem, wenn du jetzt weniger als 270 Euro zum Investieren hast. Das verstehe ich natürlich. Aber ich sage mal, wenn du ein paar tausend Euro investieren willst, dann kann dir ja die Stückelung relativ egal sein. Und das Coole bei Freedom24 ist nämlich, du zahlst pro Aktie 2 Cent, ja. 2 Euro plus 2 Cent pro Aktie. Und deswegen eignet sich die Allianz Aktie wirklich sehr, um dort zu investieren. Wenn du dich für das Depot interessierst, schau dir mal das Video an. Da erkläre ich dir ganz genau, was sind die Vor- und die Nachteile vom Freedom24 Depot. Für welche Investoren ist es besonders gut geeignet. Dazu habe ich jetzt wieder verschiedene Kennzahlen genommen, die meiner Meinung nach immer ein ganz gutes Maß dafür sind, wie teuer oder günstig ist die Aktie. Und habe wieder in den letzten sieben Jahren geschaut, hey, wie teuer oder günstig war sie denn, die Allianz Aktie. Und wenn man das bei der Allianz Aktie einmal macht, dann kannst du das hier sehr schön sehen. Das EBIT, Umsatz, Bilanzsumme und Eigenkapital momentan suggerieren, dass die Aktie doch potenziell eher zu teuer ist. Du siehst, die Werte, die schwanken sehr, sehr stark. Ja, so bezogen aufs Eigenkapital ist die Aktie am zu teuersten, wenn man so will. Während in Bezug auf den Gewinn die Aktie sogar eigentlich recht fair bewertet zu sein scheint. Jetzt ist noch ein bisschen die Frage, was machen wir daraus? Und ja, wenn man jetzt einfach mal stumpf den Mittelwert aus all diesen Werten nimmt, kommt man zu dem Schluss, dass die Aktie momentan ungefähr 15,7% zu teuer ist. Gut, jetzt ist es natürlich so, und da erzähle ich dir natürlich nichts Neues, dass wenn du jetzt in eine Aktie investierst oder wir den Preis einer Aktie uns anschauen, dieser natürlich nicht bei seinem fairen Wert die ganze Zeit bleibt. Und das natürlich auch kein fester, konkreter Wert ist, den man irgendwie festlegen kann. Ja, sondern es ist immer so eine Art Schätzwert an der Stelle und wir haben immer eine gewisse Schwankung um diesen Schätzwert. Und diese Schwankungsbreite liegt bei der Allianz gerade mal bei 10%. Ja, und das ist wirklich verdammt wenig. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass die Allianzaktie, wenn sie sich entlang dieses fairen Wertes bewegt, wirklich sehr, sehr nah innerhalb dieses Fensters bleibt. Das heißt, im Endeffekt kannst du sagen, die unternehmerische Entwicklung lässt sich direkt übertragen auf die Entwicklung im Aktienkurs. Und das macht es meiner Meinung nach so interessant. Das ist auch diese kleine Schwankung, die du gerade gesehen hast, wie sie um die Dividende stattfindet. Ja, wir haben ja nur so 3,5 bis 5,5, vielleicht mal 6% Dividende und dazwischen schwankt das so. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Fall an der Stelle. Und das heißt, wir müssen uns vor allem damit beschäftigen, wie stark wächst denn die Allianz, weil das wird sich relativ wahrscheinlich direkt auch auf den Aktienkurs übertragen. Dazu kommt noch, wir sind potenziell jetzt gerade 15% zu teuer. Das heißt, wir sollten tendenziell eher am oberen Ende von dieser Skala sein, was normalerweise eine faire Bewertung bei der Allianzaktie ist. Deswegen lass uns doch jetzt mal genau darüber sprechen, wie sieht es aus mit dem Wachstum bei der Allianzaktie. Und ja, hier können wir jetzt so ein paar Kennzahlen sehen, die uns helfen zu bewerten, ob wir ein gutes oder schlechtes Unternehmen haben. Wenn du übrigens diese ganzen Kennzahlen noch nicht ganz so gut auf dem Schirm hast und das vielleicht mal lernen möchtest, überleg mal, ob du bei uns nicht einmal in die Aktienakademie für ein paar Monate kommst. www.aktien-akademie.de Da kannst du für 250 Euro im Monat dabei sein. Und ja, wir haben einen richtig coolen Online-Kurs, den du dir die ganze Zeit angucken kannst. Du kannst mir über die Schulter schauen. Ich mache Vorschläge, welche Aktien meiner Meinung nach gerade besonders interessant sind. Und dann kannst du daraus versuchen, ja einfach nachzuvollziehen, wie ich das alles so mache. Du verstehst auch meine Strategie. Du kriegst unsere Einstiegssignale und alles Mögliche. Wir haben auch ein Live-Seminar jetzt am 25.08. Das heißt, wenn du da noch dabei sein willst, dann melde dich einfach schnell an. Gib dann über unsere WhatsApp-Gruppe, gibts den Einladungslink. Und ja, das wird richtig cool. Da wird es dann um Einstiege gehen. Das heißt, wir werden zwei von meinen vier Strategien kennenlernen, wie man so Tiefpunkte von Aktien ideal bestimmen kann. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Du merkst, ich bin so richtig begeistert. So, jetzt aber einmal zurück zum Wachstum. Du siehst hier, da hast du einmal hier die Wachstumswerte. Und zwar sind das die Mittelwerte der letzten drei Jahre. Und du hast hier einmal die Schätzung, also was die Analysten erwarten, wie das Wachstum so sein soll. Und das Wachstum, du siehst es hier, soll so in der Größenordnung um die 10% sein. Heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt mal eins und eins zusammenzählen, ja. Also wir haben diesen Mittelwert, wo normalerweise die Aktie relativ solide immer auf diesem Level liegt. Wenn wir eine Abweichung nach unten haben, die so in einer Größenordnung um diesen fairen Wert, so um 10% liegt, dann ist es auf jeden Fall so, dass die Aktie potenziell gerade ziemlich günstig ist. Wenn wir dazu jetzt noch die 11% Wachstum nehmen, wäre es so, dass wenn du quasi günstig einsteigst bei der Allianz Aktie, so ähnlich wie jetzt, die Dividende suggeriert das gerade, ja. Und dann darauf wartest, dass diese Aufwärtsbewegung stattfindet, solltest du innerhalb von einem Jahr ungefähr deine 30% Rendite plus 5,5% Dividende machen können. Was sehr, sehr attraktiv ist. Aber vergiss bitte nicht, dass der faire Wert, der suggeriert, dass wir ja gerade ein bisschen zu teuer sind. Ja, und das ist so ein bisschen das Spielchen, was du da abwägen musst. Ich habe ja gerade schon mal dein Augenmerk so ein bisschen auf unseren Trendoszillator hier gelegt. Und ja, du kannst es hier sehen, wir haben ja diese Übertreibung nach oben gehabt, ja. Und jetzt gerade befinden wir uns in so einer Korrektur. Heißt, wir befinden uns jetzt gerade hier oben in diesem Bereich, ja. Wir hatten die Übertreibung nach oben und hatten dann eine Korrektur. Und jetzt stellt sich halt dann immer so die Frage, was sollte man machen? Du siehst, wir sind potenziell gerade in einem Verkaufsterritorium. Auf jeden Fall, wenn man so wie ich versucht, Aktien günstig zu kaufen und eher zu verkaufen, wenn sie wieder relativ teuer sind. Die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, bekommen wir einen Stimmungsumschwung und wechseln zum Beispiel wirklich in einen Abwärtstrend? Oder bleibt alles so, wie es ist? Ich persönlich gehe davon aus, dass diese Korrektur, die jetzt stattgefunden hat, und dann ging es jetzt ja eigentlich schon wieder zurück Richtung Übertreibung. Wir sind jetzt ja fast gerade wieder auf alten Höchstständen. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen überlegen, wie wir jetzt damit umgehen können. Das heißt, ich möchte jetzt zum Abschluss genau darauf mit dir einmal einen Blick werfen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal unterschiedliche Perspektiven ein. Angenommen, du bist bereits investiert, dann stellt sich jetzt ja die Frage, wie gehst du damit um? Es gibt im Wesentlichen zwei Varianten, wie du mit Aktien umgehen kannst oder wenn man so will, im Endeffekt gibt es drei. Variante eins ist, wenn du investiert bist, dass du sagst, okay, pass auf, ich verkaufe bei einem konkreten Wert. Das wäre quasi, dass du dir vorher überlegst, okay, was ist der faire Wert, was ist eine teure Variante? Dafür könntest du zum Beispiel diesen oberen Bereich von unserem fairen Wert nehmen. Das wären in unserem Fall diese 250 Euro. Ein günstiger Preis wäre dementsprechend um die 205 gewesen. Wenn man das Ganze im Aktienchart einmal einzeichnet, dann sieht das jetzt so aus. Das heißt, das hier ist dieser typische Bereich. Und wir sind jetzt halt hier, ich sage mal so in diesen typischen Bereich rein und von dort sind wir jetzt tendenziell wieder rausgegangen in einen überbewerteten Bereich. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, das ist meine Strategie, ich kaufe günstig in so normalen Bereichen rein. Normal heißt übrigens, dass wir in ungefähr zwei Drittel aller Fälle hier in diesem Bereich zwischen dem oberen und dem unteren Wert liegen. Und in einem Sechstel der Fälle sind wir oben drüber oder unten drunter. Und wir sind jetzt halt gerade genau in solch einem Bereich, wo die Aktie potenziell gerade relativ teuer ist. Und das kann man auf jeden Fall konstatieren. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie muss man das Wachstum der nächsten Zeit da noch mit einarbeiten? Und deswegen entstehen da natürlich immer so gewisse Unsicherheiten. Aber das wäre eine Variante. Wenn du diese Variante verfolgen würdest, wäre das jetzt gerade definitiv meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, um die Aktie wieder abzustoßen. Variante Nummer zwei ist, du hast ein Buy-and-Hold-Portfolio. Wenn du ein Buy-and-Hold-Portfolio hast, bedeutet das ja im Endeffekt, du hast die Aktie gekauft und du willst sie für die Unendlichkeit halten. Das ist natürlich auch immer eine Strategie und auch die funktioniert. Genauso wie alle drei Strategien, die ich dir jetzt gerade hier vorstelle. Auch das funktioniert, wenn du die richtigen Aktien ausgewählt hast. Jetzt muss man sich fragen, ist die Allianz-Aktie eine Aktie, die man als Buy-and-Hold-Aktie halten kann? Und du hast gesehen, gerade in starken Krisen sind die Versicherungen die Aktien, die besonders stark abverkauft werden. Insbesondere, wenn es um eine Finanzkrise geht. Und deswegen besteht auf jeden Fall das Risiko, dass auch die Allianz-Aktie, obwohl, so wie in 2008 auch, unternehmerisch wahrscheinlich nicht sonderlich viel passieren wird, die Aktie aber sehr, sehr stark unter die Räder kommen könnte. Demnach wäre es jetzt für solch eine Strategie meiner Meinung nach nicht unbedingt die richtige Aktie. Es sei denn, du setzt halt wirklich auf die Dividende. Und auch hier könnte es dir halt passieren, dass die sich quasi halbiert. Also in so einem richtigen Krisenfall gehen wir davon aus, dass die Dividende halbiert wird und dass der Kurs wahrscheinlich noch stärker fällt als 50 Prozent, so wie das jetzt in den letzten beiden Fällen ebenfalls der Fall war. Wenn du damit fein bist, kein Problem, mach einfach weiter wie bisher. Die dritte Variante, und das ist jetzt das, womit ich schwerpunktmäßig mein Geld verdiene, wenn ich mich ja den ganzen Tag um meine Aktien kümmere, das ist halt, dass ich versuche hier diese Aufwärtsbewegung so gut wie möglich zu tracken. Das heißt, man würde halt versuchen, mit Teilverkäufen und mit so nachziehenden Stops zu arbeiten. Das kann man sehr, sehr geschickt orchestrieren, also so sich zusammenstellen. Und das ist eine richtig coole Sache, meiner Meinung nach. Und ja, in dem Fall wäre es jetzt so, dass du halt das System bitte einfach weiterlaufen lässt. Also wenn du jetzt bei mir in der Betreuung bist und in Allianz investiert bist, ja, zieh einfach durch. Also gibt es eigentlich nichts groß zu überlegen. Wir müssen uns ja eigentlich immer nur um die Einstiegszeitpunkte kümmern. Und da hilft uns unser System natürlich sehr, dass wir einfach schon, ich sage mal, eine gute Vorauswahl kriegen. Also wenn wir uns einfach nochmal die Zeitpunkte angucken, wo unser System vorgeschlagen hat, in die Aktien zu investieren, ja. Also einmal hier so in dem Bereich, dann hier, dann hier hinten, ja. Und das waren jedes Mal, waren das wirklich sehr günstige Bewertungen, ja. Klar, es hat auch mal Tiefpunkte gegeben, wie jetzt diesen zum Beispiel, der durch unser System irgendwie durchgerutscht ist. Kriegen natürlich nicht jeden. Aber, ja, Allianz-Aktie beobachte ich ja auf jeden Fall, weil sie ja zu unseren Kanalaktien gehört, ja. Deswegen gibt es alle vier Wochen ein Update zur Allianz-Aktie, manchmal auch alle acht Wochen. Die wechselt sich meistens ab mit der Deutschen Post, ja. Und dann haben wir regelmäßig immer ein Update. Das heißt, ich versuche dich natürlich auch weiter zu begleiten. Letztes Mal habe ich ja darüber philosophiert, inwieweit jetzt ein Abstieg realistisch ist. Der kam jetzt ja auch. Ging nicht ganz so weit, wie er möglich gewesen wäre. Aber das weiß man ja immer nie, wie weit es geht. Und dann hatten wir jetzt halt diese Situation, dass die Aktie, ja, dann wirklich sehr, sehr schnell angezogen hat. Und das werden wir jetzt natürlich weiter verfolgen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Mein Bauchgefühl sagt mir, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir bald neue Höchststände sehen werden bei der Allianz-Aktie. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie weit könnte es denn gehen? Ja, lass uns doch mal so ein bisschen träumen. Und, ja, dazu können wir uns mal anschauen. Die Situation, die wir jetzt hier haben, ist ja keine neue, wenn man so will, ja. Sondern wir haben ja öfter jetzt mal, also wenn wir uns diesen Chart hier einfach nochmal so ein bisschen genauer anschauen, da siehst du hier sehr schön, dass wir immer mal wieder so Levels hatten, wo die Aktie sich so ein bisschen schwer getan hat, durchzukommen, ja. Also da hatten wir einmal dieses Level hier und dieses hier. Und dann ist immer so die Frage, was sind jetzt wirklich die Punkte, die man jetzt da irgendwie misst. Ich würde sagen, wir orientieren uns jetzt mal an diesem Aufwärtstrend, der seit 2009 stattgefunden hat. Und wenn ich mir das so angucke, würde ich sagen, gab es so drei Stufen und jetzt gerade sind wir so in der vierten Stufe. Also Stufe 1 war von hier unten nach da oben, dann kam die Korrektur, dann kam die nächste Stufe, die ging bis hier, dann kam wieder eine Korrektur, dann kam wieder eine Stufe, die ging bis dort, wurde abverkauft, dann wurde die wieder angetestet, das gleiche Level, dann aber nochmal abverkauft. Und dann kam im Endeffekt jetzt der Ausbruch und in diesem Ausbruch stecken wir jetzt gerade drin in solch einer kleinen Art Rücksetzer und dann ging es wieder hoch. Wenn wir uns mal anschauen, wie weit es hoch ging in diesen einzelnen Wellen, dann hatten wir einmal hier den Bereich, da ging es 60 Euro nach oben und das entsprach 53%. Dann kam die nächste Welle, die ging nach hier, dort ging es 66 Euro nach oben und 38%. Jetzt gerade sind wir 42 Euro nach oben gegangen und 18%. Der Prozentsatz wird natürlich immer weniger, weil der Basiswert steigt, also nennt man das, das ist der Startwert, von dem wir gerade diesen Prozentsatz nach oben gegangen sind. Und ja, wenn man das jetzt mal sieht, dann wäre das doch durchaus realistisch, dass wir so nochmal so in der Größenordnung 60, 70 Euro nach oben kommen. Und interessanterweise reden wir dann von 300 Euro. Ja, also ich denke mal so 300, wenn man sagt 70, 80 Euro wäre vielleicht auch noch realistisch, dann würden wir reden von 320. Aber spätestens dann, würde ich mal behaupten, müsste eigentlich mal wieder eine Korrektur drin sein. Ja, und diese Korrekturen, du siehst es ja hier, sind so immer in so einer Größenordnung so um die 25%. Und das wäre jetzt das, was ich erwarten würde. Heißt, wenn wir uns das jetzt nochmal kurz angucken, vom aktuellen Level nach hier oben, könnten noch so 20% Rendite, denke ich, durchaus drin sein. Und dann dürfte es meiner Meinung nach potenziell eher wieder nach unten gehen. Das ist gerade so meine Einschätzung zur Allianz-Aktie. Man könnte natürlich jetzt noch unternehmerisch ein bisschen auf den Laden eingehen. Ja, also mal überlegen, okay, wie performen die denn gerade? Aber ehrlich gesagt, Versicherung ist ein dermaßen langweiliges Geschäftsmodell. Ich habe zwar mal nachgeguckt, was da gerade so passiert und welche rechtlichen Risiken es gibt und so. Aber das ist alles irgendwie nicht so wirklich der Rede wert. Man könnte natürlich jetzt da so die ein oder andere Story ein bisschen ausbauschen, um hier noch so ein bisschen Spannung zu erzeugen. Aber ich bin ja Mathematiker und Physiker und ja, ich mag harte, knallharte Fakten hier. Ja, von daher würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt noch einen superschönen Tag. Sehen wir uns am Donnerstag, 19 Uhr im Investmentclub. Morgens bekommst du eine E-Mail, wenn du dich hier eingetragen hast auf focusinvestor.de. Damit kommst du dann in unseren Zoom-Call rein. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns demnächst mal live sehen. Mach's gut. Ciao.